Hau ihn! Hau ihn zurück, Kadi. Hau ihn zurück, dass er hier nicht an dir rankommt. Ja! Ausweichen, wir müssen auspendeln. Ja, das ist gut. Das ist schön, komm. Kannst du auch kickern, kick ihn nur. Das ist ein Problem. Ja, sehr gut. Ja, gut. Machst du das, komm. Das weicht doch gut aus, komm. Mach mal einen Dreck gegen all so ein Kram. Hey, hey, ja. Ist aber gut. Machst schön aus, ist geil. Er triff dich nicht, komm. Mach mal nicht. Du musst ihn treffen. Mach mal nicht. Mach mal nicht zusammen. Kick ihn auch, Mann. Johnny. Sehr gut. Hau mal Hau rein. Ich muss ihn versuchen. Er muss merken, dass du da bist. Er muss merken, dass du da bist. Jawohl. Komm, 30 Sekunden. Ich schicke ihn nicht mehr. Ich muss hier nur boxen. Ja. Rechts, links. Kick ihn zum Bauch. Oh, okay.